hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde randalls monday das letzte mal sind wir leider gottes in der apokalypse gelandet blöd gelaufen du bist das allerletzte hässliche scheiß wie das ich je gesehen habe ja zu elaine hast du schlimmeres gesagt ja aber elaine respektiere ich du bist einfach widerwärtig egal mein lieber rando ich hatte ja nie angenommen dass du mir in jener nacht freiwillig den ring aushändigen würdest aber du hast es getan und er ist jetzt mein jetzt habe ich gelernt seine macht zu nutzen und bin was man so landläufig als der teufel bezeichnet geworden die apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein willst du mir das etwa in die schuhe schieben man ich räume hinterher nicht auf du dumme nutzlose kröte du und ausschließlich du bist für diese katastrophe verantwortlich du bist den rest deines lebens mit dieser schuld leben müssen also braun ich bin's schuld man du hast wohl zu viel von dem schwefel eingeatmet es ist das verdammte ende der welt und du machst immer noch auf klug scheiße tja game over schach matt du bist am arsch das hier ist noch nicht vorbei der abspann läuft noch nicht mal da kann noch einiges passieren braver junge gibt einfach nie die hoffnung auf und ihr lappen die pause ist zu ende ich will das vor fünf dieser planet zerstört ist los an die arbeit ich sehe das betriebsklima ist nicht so besonders sie ist ein tyrann will die ganze welt in weniger als einem tag zerstören das ist doch wahnsinn wir haben auch rechte weißt du ja und das wichtigste davon ist das recht auf eine ordentliche mittagspause das ist ausbeutung am arbeitsplatz das ging vielleicht ein bisschen zu weit hungersnot ihr solltet nicht unter so großem zeitdruck arbeiten müssen tja ist alles deine schuld truppe das behauptet sie jedenfalls aber ich bin hier das wahre opfer schweiz stille sterblicher wir haben schon genug probleme wie du siehst erheiße nicht auch noch unser mitleid wir sind die vier apokalyptischen reiter ja obwohl krieg bei cinema paradiso immer noch jedes mal heult ach halt's maul die kussszene am ende ist sehr gefühlt jungs was reicht jetzt seht mal ich hab das alles nicht verursacht ich bin auch nur ein opfer und offensichtlich kann mir niemand helfen woher weißt du das hast du mal jemand um hilfe gebeten das könnte ich mal versuchen tja und warte mal ihr redet von euch selbst ok ok das war mir nicht klar reiter ich brauche eure hilfe ich versuche schon lange alles was dieser ring verursacht hat wieder gerade zu biegen und alles war umsonst ihr seid meine letzte rettung wie sieht's aus tut uns leid wir haben gerade mittagspause ah fuck komm schon jungs uns gefällt doch die situation auch nicht besonders warum helfen wir nicht ein bisschen aus wovon zur hölle redest du da ja wovon redest du willst du etwa vorschlagen dass wir es einsetzen sollen was habt ihr mit mir vor wir fressen dich auf wenn du nicht die klappe hältst aber ihr wollt es einsetzen tja natürlich nicht für umsonst er muss etwas für uns tun zum beispiel was zu essen besorgen bin mir nicht sicher ob das so ne gute idee ist hallo kann mir mal jemand sagen um was es ja eigentlich geht oh ich erklär's dir weißt du wir kennen da ein uraltes mystisches geheimnis das alles in einem augenblick wieder ins lot bringen könnte und alles wäre dann wieder normal keine flüche keine selbstmorde kein ende der welt das ist korrekt ja na dann worauf warten wir wollt ihr lieber orangensaft oder ananas rührei oder spiegelei nicht so schnell was denn habt ihr ne glutenunverträglichkeit oder was sagen wir mal unsere geschmacksknospen sind etwas eigentümlich wir essen nur leicht angebratenes menschenfleisch je frischer desto besser dann ist es zarter weißt du das heißt wir essen nicht irgendeine dahergelaufene verfaulte leiche oder so wir brauchen frischfleisch irgendwas was doch hart äh heißt das ihr wollt mich essen tja wenn's dir nichts ausmacht und soll es recht sein das mittagessen ist gerettet rühre ratet mal bevor wir uns jetzt schon die besten stücke sichern sollten wir uns fragen wie wir ihm denn helfen wollen wenn wir ihn aufgefressen haben guter punkt ich nehme die hüfte mir fällt sicher was ein das zu aller zufriedenheit ausfällt besonders eurer ich muss nur ein paar strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem mittagessen wieder da ok du solltest nicht versuchen uns auszutricksen ich weiß wo du wohnst und verschwende keine zeit mit fremden ja du meinst so fremde wie ihr ach himmel nochmal uns kennst du doch wir waren in tausenden von filmen gar nicht mal in so vielen aber ich dachte tut mir leid ja ich sollte vielleicht du solltest vielleicht los und unser mittagessen besorgen ja stimmt ich hole euch mal was zu essen ok dann wollen wir den rettenden apokalypse mal was zu essen es muss ein besseres und dann gehen wir mal auf die straße warum zum geilen hallo welch wunderschöner tag siehst gar nicht gut aus mein freund ich dachte ich wäre verflucht du dich verdammter was glaubt glaubt bloß nicht was ist los sind dir die fernsehweisheiten ausgegangen wenn ein Mann der antworten sucht und er sich dabei wirklich müh die 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 umgesetzt also fick die aber was passiert wenn eh ehrlich lass mich mit einer billigen fernsehphilosophie in Ruhe das impersonal auch nicht weiter Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Wing ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen Astreiendiebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Businesspenner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich hab jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner ne elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Hast du heute noch was vor? Tja, wenn ich mich in der halben Stunde noch so mies fühle, reiß ich mir wohl die Eingeweide raus? Wenn's nur ein bisschen hilft, dieses miese Gefühl loszuwerden. Ich weiß nicht. Wenn's dir echt so übel geht, warum gehst du dann nicht einfach zum Arzt? Im Ernst? Nee. Wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Sehr lustig. Ich erwege ernsthaft, mich in die Lava zu stürzen. Oh, komm schon, Mann. Mach das nicht. Du hast doch noch so viel, wofür sich zu leben lohnt. Das... Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Da hast du recht. Sieh mal, die Welt geht den Bach runter und um ehrlich zu sein, bist du mir scheißegal. Ich hab zu tun. Wenn du mir nicht helfen willst, dann verpiss dich einfach. Ja, das hatte ich vor. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Ja, dass so ein Garnier Penner nach Rosen duftet, wohl eher nicht. Ich bin doch nicht bescheuert. Ähm... Komm ich jetzt rein? Äh, schluck. Mary! Nichts für mich. Hey, Mary! Äh, Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilla Ice. Ist das so? Oh, Mary. Ich würde sie doch nie anlügen. Äh, kennen wir uns? Tja, ähm... Nein. Nein, also nicht besonders gut. Aber ich hab viel von Ihnen gehört. Wissen Sie die... Die Geschichte mit der Hände und... Hör auf. Daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Thema wechsel. Also wie... Wie lebt sich's denn so, Mary? Ach, kann ich klagen. Ehrlich? Ehrlich? Weil... Wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind... Na ja... Tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit Untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Oh, das klingt so sehr nach... Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Mary? Okay, okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich hab akute Dematitis, glaub ich. Willen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich hab noch eine Menge vor. Und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Mary! Sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheiß-Apokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das geb ich zu. Aber das würd ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht. Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. Sehen Sie es denn nicht? Gehen Sie halt näher hin. Von dort hinten sehen Sie doch gar nichts. Um mal meinen Dozenten zu zitieren. Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Hier oben? Hatten Sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelebt. Und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Ah ja. Aha. Typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich mein, mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starkopf, was, Mary? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab's ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben? Erdbeben? Tut mir leid, Mary, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du's glaubst oder nicht, das waren Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie Sie in meinen Augen aussehen, Mary. War ich noch Zeit? Haben Sie Ihren alten Grill noch? Noch alt? So wollte es wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Mary. Ich kenn mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30 Megatonnen Explosion überstehen. Nicht mal die AN602 könnte dem was anhaben. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na dann holen Sie ihn da raus, Mary. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fange ich wieder damit an. Äh. Ich nehme mal an, wir müssen ihm überzeugen, dass er tot ist. Ehrlich, Mary. Sie sehen gar nicht gut aus. Äh, was soll ich sagen, Junge. Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Tja, dann, äh, ich bin weg. Also, wir müssen ihn überzeugen, dass er tot ist. Und mit den Gegenständen aus unserem Elementarkaminen wahrscheinlich nicht umbringen. Also, quasi umbringen. Also, brauchen wir dieses Kackmesser. Komme ich hier ran? Ich gehe Leuten nicht gerne auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Also, muss ich irgendwie an dieses, an den Zeremonien durch rankommen. Hätte es jetzt gefeiert, hätte Matt sich in der Zwischenzeit umgebracht. Drehfuß. Kann ich darin den Kauben befestigen? Tatsache. Oh Mann, endlich! Okay, jetzt habe ich den Zeremonien durch. Damit muss ich Mary jetzt wahrscheinlich messern, damit er einsieht, dass er abgekratzt ist. So, dann gehen wir mal zum Mary hin. So, und dann beenden wir die Folge an der Herstelle. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.